hallo und herzlich willkommen mit dem morgen zusammen wir sind wieder bei medievill dynasty mit dem guten panni und mir natürlich im buch und ich begrüße euch immer raus zum halle ich bin immer schneller als der panni deswegen gehe ich immer direkt raus einen wunderschönen guten morgen lieber und community und eine community danke so auf jetzt wieder an die arbeit muss mich aber erst mal waschen sitzt hier deine helga willst du nicht noch mal hier helga sitzt gerade am lager feier wolle das ist natürlich sehr gut die hat gerade wow zu mir gesagt na mensch soll zu mir wow sagen ja nein aber bevor der panni weiterbaut wird er erst mal die quest abnehmen das feuer wird uns reinigen heißt die quest genau denn wir haben ach nee halt stopp ich wusste ja die fackeln erst bauen ich idiot wo bauten die fackeln woller bist du aus dem kopf äh in der bergstadt war ich werkstatt das ist die näherei werkstatt war wo das ist die schmiede neben dem kalkhaus hier neben dem hühnerhaus neben dem hühnerhaus da wo die hühner sind da kommt ein haus das ist noch gar nicht auch da bin ich hier wohnst du drin was ich ins falsche hausquartier glaube ich ne das ist das richtig also muss natürlich die menschen ach scheiße nee auch da leder zu kann ich dir hier in die kiste hört mal versuchen gleich nochmal befolgt die abheber ins w schuhe zu kraften doch kein jeder dass wir mir die pels gegeben die dachse vielleicht achse kann aber beim lager zu gehen ich jagen muss ja sowieso wo gehe ich denn jagen ich glaube hier waren wildschweine also eine bär war ich mich jetzt noch nicht brauche ich erst einen besseren bogen der das die letzten mal ja so schön weggenackt so vergang haben wir jetzt natürlich dabei ich bin gerade ein hirsch von der linse aber den sehe ich nicht so gut wegen der scheiß brusch mal gucken ob ich ein paar schuhe machen kann aber ich glaube eigentlich nicht was nicht jeder für die fackel habe ich habe ich aber haben wir hier noch lieder drin vielleicht nee oder eigentlich na gut ist der neber rüber und sieht man die quest ab ich habe falsch getroffen tut mir leid in den foot geschossen erforderlich besser an der anschlacht habe ist nicht dran die ist leer was der waren leber stehen da ich habe hier eine quest stick abgeben will der waren scheinbar ja aus so war denn jetzt mit dem will schwein los kommt zu mir um anzugreifen das haut ja ok so dann können wir wieder zurück und können weitermachen und zwar die benen häuser weiter aufbauen schweinstell war ja fertig schweinestell müssen wir allerdings noch ein bisschen warten um die schweiner zu holen denn die sind tatsache ein bisschen kostspiel ich habe hier ich habe hier draußen bist du noch nicht vermutet wir gucken dass ich ein bisschen mehr kupfer holen und sowas durch da ein bisschen kupferwerkszeug holen und so was hast du berührt die habe ich aber seit dem licht 17 die da habe ich bis jetzt so gucken ob ich von dem bildschwein vielleicht hier merken die will schweiner hin jetzt mal zur nächsten stadt ja guck doch mal nach den leuten ja kannst du gleich mal gucken was uns ein paar schweine kosten würden ich wüsste auch wenn die da sind wo ich jetzt hingehen auf jeden fall ich guck mal ja nur wenn du natürlich will du findest nicht mehr sicher wo die waren der war schon am schlafen hatte ich schon aufgestellt und zumal der wollte der wollte mich heute an ihr knuspern 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 wollte der bach hier ist ja meine baustelle eigentlich meine damalige und wenn ich jetzt schon mal hier bin kann ich direkt ans lager eingehen da in die höhle kann ich war schon hier doch mit vollständen ok ja irgendjemand hat keine wertsachen mehr ich konnte nur gleich noch und das gar nicht irgendwo und irgendwo dran steht ist da irgendwas fehlt die haben noch besser die haben noch zurück hat keiner keinen keinen schwer und kein besser war das ist ein messer kann ich ja messer sind drin und den fischerspeer muss ich dann beim fischerin packen oder wohin jetzt habe ich aber das problem dass ich jede menge bretter braucht mal 6 haben sie schon wieder gemacht das ist gut unsere materialien sind zu neige gegangen die bretter woche hinten an der hütte war ja lass mich mal kurz hier miranda den civil jahr sieht es aus da kann man zwölf bretter machen das natürlich bei zwölf bretter sind 24 also aus einem stamm und zwei bretter aus ja gut und trotzdem die vielen grüß ich gleich wieder zurückkommen ich habe hier die großen bäume die gedacht nutzen wir das einfach mal und nehmen die stämme hier mit aber für dach könnten die bretter reichen nicht sechs bretter für jeden dachtteil dann muss ich selber mal holz fällen gehen und ich habe natürlich keine axt hast du direkt das beste vom besten genommen oder was scheinbar schon okay dann wollen wir uns selber nach dem problem ja bin auch gerade auch schon heute zu merken ich überlege gerade mir eine bronzeachse zu machen haben wir dann irgendwo noch eine bronzebahn ja haben wir ich habe nämlich auch eine ich muss gucken wo ich die mache hupferwerkzeug bronzerwerkzeug na super kann ich gar nicht machen ja warte dann komme ich zurück ach so weit aber die technologie ist ja nicht freigeschalten doch also die kupfer müssen machen oder kupfer bronze also beiden also ich habe jetzt hier eine kupferachs genau kupfer muss herstellen das haben wir schon frei bronze können wir noch nicht aber wer ist die nächste die höhere stupe für aber wir haben keine kupfer waren das ist das problem die hat man nämlich letztes mal alle verkauft glaube ich ach so dann können wir wieder zurück weil ich habe noch ein paar in der tasche glaube ich also kupfer ich habe nur keine spitzhacke mehr okay okay ich renne erstmal mit der normalen achse ich habe ja eh eine normale achse gebaut muss ich die erstmal nehmen muss ich die erstmal nehmen ich habe schon nicht weiß wo sie ist achse ich habe da gerade eine achse gebaut habe ich eine spitzhacke gebaut aus der see das problem ist dass hier keine vernünftigen bäume mehr stehen ja die zwei bäume sind immer richtig das finde ich an der map so schade was hier sehr wenig von den großen bäumen da hatten wir bei den anderen dann haben wir viel mehr ähm können wir denn da nicht irgendwann sagen dass wir selber bäume pflanzende geht nehmach ist eigentlich also dass wir sagen wir legen uns irgendwo wo wir jetzt so viel gefällt haben einen wald an mit effektiven bäumen nenn ich mal ich weiß jetzt gar nicht müsste man mal weil hier stehen ja tatsächlich nur da bürgen rum in der nähe naja naja mal kurz das wasser umgraben ok und doch hier habe ich noch ein paar bäume gefunden was hast du kupfer gefunden äh bäume ahorn achso hier waren irgendwo wölfe ne achso hier 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 warte ich bin doch nicht fertig gerade war dauer der sperr hat irgendwie keine range obwohl ich hier durch den durchstecken da stehen du feigling da rennt er weg von mir Angst ja wo er schießt auch immer andere wobei hier so erstes tot eine zweite will nicht mehr also besser schon wieder kaputt gibt es gar nicht wenn er die werkzeuge reparieren könnte ja würde richtig feiern oder denn ein bisschen weniger material brauchst wisse und nicht ständig neue werkzeug bauen müsstest ach guck mal den uhr mit abtritt denn habe ich ganz vergessen habe ich extra das gegengift gewollt aber ich gehe erst zu einem stadt hier da wollten wir noch mal kurz gucken das stein damit wir zumindest wissen was die kosten glaube das waren um die 300 325 oder so was bin mir aber nicht sicher oder 425 bin ich fand ich gerade nicht wirklich ich bin die versache sag mal sag mal haben wir überhaupt schon steuern bezahlt wir hatten das direkt gemacht hat das mal tagebuch steuern zahlen das heißt steuern müssen wir auch noch zahlen ich habe auch drei fischensperre der tasche warum habe ich die denn die kannst du ja nicht das ding schmeißen wenn da so wen jetzt die pilze noch kann ich nämlich noch mal den kompass da befüllen obwohl das sind eigentlich speisermörchen aber so praktik und sehen da vorne und dann sind wir erst mal also müssen wir auch merken wir sind ich bin jetzt hier in wo ist die in osthof aus deutschland genau da sind schafe und ziegen schafe und ziegen ok und hier wo liegen die wird schon wieder langsam dunkel ja ich bin schon ein paar ein gerecht werden wollten hier kommen und dann wieder zurückkommen ja das wäre was für dich doch nicht hübsche blonde 19 jährigen und philiberta hätte ich auch noch zum angebot für für die werte ist 23 jetzt haben wir jetzt schon zwei dabei werden wir haben da gerade vier symbole hier oben brennholz brennholz fehlt ja das ist aber wegen der dopomida weil ich dir noch nicht zugewiesen habe ach so ach so ok aber ich komme jetzt mal zurück nach hus schon wieder 25 ich hacke hier nur die zwei bäume und dann komme ich auch ich habe auch ein paar baum stemmen und bretter in der tasche habe ich gerade gesehen und irgendwo aufgelesen was dann das haus doch umbenennen wo die dopomida rein sollen das ist noch nicht fertig das ist das problem weil da kein material mehr gehabt vielleicht fast in wiesent und wölfen reingerannt ok so kommt mal zurück naja 600 meter aber das bist du dir wo bist du denn eigentlich ich bin jetzt wäre jetzt fast falsch gelaufen und hier orientiere mich meistens so nach deinem nach deinen marken aber du hast jetzt ja gar nicht in der base ja aber die richtung war glück die selbe kommt doch an wo du welche richtung die ist ich habe 1013 münzen sich gerade wieso habe ich dir schön in der tasche dann würde ich sagen musstest du die steuern zahlen warte mal wie viel münzen habe ich gerne zwischen 400 gehe ich dir in der nächsten folge mal zahlen oder soll ich jetzt noch mal kurz abbiegen macht hat in der nächsten folge über die rindschweißer die münzen die mal bei dir ein tauschweißen nö kannst du ins lager einschmeißen also ich brauche es ja nicht weil wir brauchen 1008 genau und ich habe 1011 also recht genau ich muss jetzt mal kurz das haus benennen für damit ich weiß wo ich geht und wieder reinpacke hier ist schon jäger holz dann war das hier drin ich glaube ich glaube ich genau wieso jetzt da brauchen wir noch bretter was beginne ist ja auch noch mal scheiße so wieder ist zugewiesen dann müssen wir alles tun tun kannst du weglassen stattdessen kommt von dem so wir brauchen jetzt noch wie viel schindeln 8 retterburg ich habe nur zwei eine tasche und dann habe ich noch holz stämme nicht ein sondern alle eigentlich nicht danke bitte schön so dann mal jetzt doch auch schon mal wer panikert licht an wird ja gesagt 8 wird dann morgen war zähne habt ihr schon mal feuerchen sehr schön danke so dann mache ich noch schnell das hausfälle und dann können wir können dann besonderes in der dach und dann ist das nächste hausen fertig wieder zwei häuser leder tue ich mal in die ok bringen wir können und moderieren alles klar dann bis gleich so dann sage ich bei einen wunderschönen tag noch danke fürs zuschauen und wie immer schaut auch beim party vorbei link ist der beschreibung und in der infokarte also bis dann so Untertitelung des ZDF, 2020